Florian Silbereisen kurz vor Live-Show spricht er über Respektlosigkeiten, Krawall und Streitereien. Florian Silbereisen feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum der Fest des Shows. Kurz vor dem Schlagerboom Open Air 2024 spricht er offen über Respektlosigkeiten im TV. Seine Fans können es kaum erwarten, am 8. Juni 2024 steigt endlich das große Schlagerboom Open Air in Kitzbühel. Moderiert von Schlagerstar und Entertainer Florian Silbereisen. Der Sänger feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum von den Fest des Shows auf ARD. Diese begeistern seit Jahren die Menschen vor den Bildschirmen und im Publikum. Florian Silbereisen, ich weiß, dass es cooler ist, in Unterhaltungs-Shows zu lästern. Welches Erfolgsgeheimnis sich hinter seinen Shows verbirgt, verrät Florian Silbereisen in einem offenen Schreiben gegenüber der Super-Elu. Ich weiß, dass es cooler ist, in Unterhaltungs-Shows über andere zu lästern. Mit Respektlosigkeiten, Krawall und Streitereien kann man schnell für Beifall, Quoten und Schlagzeilen sorgen, schreibt der Schlagerstar überraschend. Florian Silbereisen möchte Menschen vor den Bildschirmen zusammenführen. Ob er damit auf einige Kollegen und Kolleginnen aus der TV-Branche anspielt? Gut möglich. Vielmehr möchte Florian Silbereisen aber verdeutlichen, wie wichtig Zusammenhalt im Fernsehen ist. Wir brauchen auch respektvolle Unterhaltung, die Brücken baut, wünscht sich der Sänger in dem Schreiben. Diese Möglichkeit hat Florian Silbereisen durch seine Fest des Shows im TV geschaffen. Gerade in einer Zeit, in der immer wieder betont wird, was uns trennt, bin ich dankbar, dass wir mit unseren Fest des Shows immer wieder Millionen Menschen vor den Bildschirmen zusammenführen können, sagt Florian Silbereisen und möchte auch genau das in Zukunft seinem Publikum weiterhin bieten können. Wir sehen uns beim nächsten Mal.